Du musst unbedingt loslassen und dann wird dein Leben leichter. Du musst unbedingt vergeben und dann wird es mit dem Partner klappen, dann wird es mit dem Geld klappen und du wirst rauskommen aus diesen ganzen Problemsituationen. Das sind so Sachen, die hört man immer wieder und immer wieder und immer wieder. Aber wie du wirklich loslassen kannst und warum du immer noch nicht wirklich loslassen kannst, das sagt dir keiner. Wenn wir loslassen, weil die spirituelle Szene sagt oder auch die Religion sagt, du musst loslassen und vergeben und dann vergibt dir auch Gott und so weiter und so fort. Viele tun so, als ob sie vergeben haben, haben aber nicht wirklich. Da ist in ihnen immer noch Traurigkeit, da ist immer noch Groll, da ist immer noch Wut, da ist vielleicht auch Rache da. Alles berechtigt, alles berechtigt. Was aber dazu kommt, ist, dass diese Leute, die nicht loslassen können, dann noch Schuldgefühle haben, weil sie nicht loslassen können. Dann noch Schuldgefühle haben, weil sie Rachegefühle haben. Was ist denn loslassen? Also loslassen bedeutet erfolgreiche Verarbeitung dessen, was passiert ist. Dann, dann erst, wenn du das erfolgreich verarbeitet hast, kannst du loslassen. Vorher nicht, wenn da noch ein Rachegefühl ist, wie gesagt, oder ein Wutgefühl, ein Traurigkeitsgefühl, ist das eine Berechtigung, also es ist berechtigter. Braucht man keine Schuldgefühle haben. Man braucht auch keine Schuldgefühle zu haben, dass man Schuldgefühle hat. Da kann man sich echt in so einer Spirale nach unten ziehen, die ist ekelhaft. Und das passiert natürlich nur Menschen, denen Schlechtes passiert ist, dass sie sich selbst dann noch schlecht behandeln, weil sie denken, aber ich muss doch jetzt vergeben, obwohl der andere mich verarscht hat, hintergangen hat, verletzt hat, jahrelange Missbrauch, ganz viel Unterdrückung, und dann soll man vergeben. Und das geht nicht so auf die Schnelle. Das heißt, wenn du noch nicht vergeben konntest, dann, weil du eventuell Dinge noch nicht verarbeiten konntest, das ist das Erste. Und zweitens, erst wenn du die Dinge verarbeitest, kannst du die Lektion dahinter erkennen, und dann fällt es dir einfacher, loszulassen. Lass dich von niemandem zwingen, zu vergeben oder loszulassen, wenn du noch nicht bereit bist. Schau erst mal auf deine Themen. Und ich gebe dir jetzt ein Beispiel, damit du weißt, was ich meine mit verarbeiten. Was heißt denn jetzt verarbeiten? Das ist es ja, das sagt auch kaum jemand. Verarbeiten bedeutet, ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte eine ältere Frau bei mir im Coaching gehabt, ihr Sohn verheiratet, hat selbst einen Sohn, und ihr Problem war, dass sie sich nicht mit ihrer Schwiegertochter versteht, und dass ihr Sohn, seit er mit dieser Frau zusammen ist, ich glaube, zwei, dreimal bei seiner Mutter war, seit mehreren Jahren. Also er geht einfach nicht mehr hin, er antwortet kaum auf Anrufe, und sie sieht ihr Enkelkind nicht, seit sie das Enkelkind haben, es war noch ganz klein. Die hat so drunter gelitten. Auch hier war jetzt eine Lernaufgabe für sie, eine Lektion. Lektion hört sich immer so bestrafend an. Hier war etwas für sie, wo sie heilen kann. Und zwar, die allererste Frage, die ich gestellt habe, und da habe ich tatsächlich auch einen Schwarzer getroffen, ich treffe nicht immer einen Schwarzer, aber diesmal ja, war, wie war denn deine Beziehung zu deiner Schwiegermutter? War sie erstmal ruhig, hat überlegt und meinte, schrecklich. Okay, wie war die Beziehung zu deiner Mutter? Dann hat sie gemeint, darüber möchte ich eigentlich gar nicht reden. Ich verstehe dich, aber wir wollen ja an dem Thema arbeiten, und die Themen sind alle miteinander verbunden. Vielleicht ist da ein Mutterthema, Schwiegermutter, Mutter, wo du verletzt wurdest. Ich weiß es nicht, ich möchte es nur wissen, um zu gucken, ob da Heilung besteht, ob da irgendeine Lernaufgabe dahinter besteht. Sie hatte, also die Beziehung zu ihrer Mutter war jetzt nicht so schrecklich, aber ihre Mutter hat ihr nicht wirklich Liebe gegeben, war sehr distanziert und hat ihr immer das Gefühl gegeben, eine Last zu sein, dass sie ihre Mutter überfordert. Und auf jeden Fall, wegen ihr musste sie mit dem Vater zusammenbleiben. Also die Mutter hat dieser Frau, die bei mir im Coaching war, immer wieder das Gefühl gegeben, du bist mir eine Last, und wegen dir muss ich mit Papa zusammenbleiben. Nur wegen dir habe ich so viele Probleme. Das heißt, dieses kleine Mädchen damals hat schon so eine Verantwortung auf dem Rücken als Last bekommen, dass sie eine Bürde ist für ihre Mutter. Das heißt, hier ist ein ungeheiltes, eine ungeheilte Bindung zu ihrer Mutter. Später, als sie geheiratet hatte, hatte sie Riesenprobleme mit ihrer Schwiegermutter. Natürlich, sie wurde nicht geliebt von ihrer Mutter, in Anführungsstrichen. Die Mutter hat sie bestimmt geliebt, konnte es aber nicht wirklich zeigen, oder weil sie selber verletzt ist, gab es da selber Blockaden. Und natürlich zieht sie dann eine Schwiegermutter an. Nicht natürlich, nicht immer. Nicht immer. Sie kann auch eine wundervolle Schwiegermutter anziehen. Heißt nicht, wenn man eine Mutter hat, die streng war, dass man auch eine Schwiegermutter anzieht, die streng war. Das müssen wir mal aufpassen, weil es von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Trotz allem hatte sie in dem Fall leider auch eine Schwiegermutter, die sie sehr schlecht behandelt hat. Und in ihr war so viel Groll, so viel Traurigkeit darüber, dass sie eine Bürde ist. Und das wurde ja nicht verarbeitet. Dass sie das jetzt auf ihre Schwiegertochter projiziert hat. Und ihr Sohn gibt ihr jetzt das Gefühl, dass sie eine Bürde ist. Dass es anstrengend mit ihr ist. Dass wegen ihr, wegen der Mutter, er Probleme in seiner Beziehung hat. Das heißt, sie wiederholt das, was sie in der Kindheit nicht verarbeitet hat. Ihre Lernaufgabe kann sein, dass sie diese Erniedrigung und diese Zurückweisung verarbeitet für sich. Und verarbeiten bedeutet erstmal schauen. Dieses kleine Mädchen damals, das zurückgewiesen wurde, das erniedrigt wurde, ist das mit Recht geschehen? Und da kann man immer sagen, nein. Ein kleines Kind, sie ist ein kleines Kind. Kleine Kinder können laut sein, können Fehler machen, aber da sollte man sie nicht deswegen erniedrigen. Das heißt, sie erkennt aus einer anderen Perspektive, dass ihre Mutter selber ein verletzter Mensch war, der nicht lieben kann, weil sie wahrscheinlich selbst nicht geliebt wurde und so mit ihrer Tochter gemacht hat, also mit ihr selber. Kann sie diese Erniedrigung und Zurückweisung vielleicht in ihrem Körper irgendwo finden? Spürt sie irgendwie, manchmal spürt man es, manchmal nicht. Manchmal ist man so betäubt, dass man diese Gefühle im Körper nicht spüren kann. Ist auch nicht schlimm. Wie kannst du jetzt deinem inneren Kind zeigen, dass es wertvoll ist, dass es richtig ist, dass du anfängst, gut zu dir zu sein? Das andere ist, was sie ja gemacht hat, ist immer wieder ihre Schwiegertochter zu kritisieren und auch zu bemängeln in allem, dass sie nicht kochen kann und so weiter und so fort. Welcher Anteil in dir hängt noch in dem alten Muster von damals fest, wo du kritisiert wurdest von deiner Mutter und von deiner Schwiegermutter? Warum hältst du das noch fest? Wie dient es dir? Weil wenn wir solche Muster an den Tag legen, die uns eigentlich behindern, weil wir unseren Sohn damit unglücklich machen, dann hilft es dir. Aber wie hilft es dir? Und bei ihr kamen wir dann darauf, dass es ihr hilft, weil sie Angst hat und es war ihr nicht bewusst, dass sie kritisiert wird, weil sie ihr Leben lang kritisiert und erniedrigt wurde. Und deshalb war sie immer, sie hat auch keine Freundin gehabt, also es war immer schwierig mit Freundinnen, dass sie immer angreift, dass wenn andere da sind, dass sie angreift, dass sie kritisiert, dass sie verurteilt, um sich selbst zu schützen, weil es so schmerzhaft ist, bevor sie verurteilt wird, verurteilt sie zuerst den anderen. Und dann war das eine Aufgabe, ihr Herz dafür zu öffnen, ihr Herz dafür zu öffnen, zu üben, vielleicht auch andere wertzuschätzen, sich selbst wertzuschätzen, damit anzufangen, sich selbst wertschätzen und andere wertschätzen. Mit dem Risiko, weil da war dann die Frage, aber was, wenn ich dann kritisiert werde? Mit dem Risiko, dass du trotzdem kritisiert wirst, wenn du jemanden anders wertschätzt. Es gibt Menschen, wenn ich sie jetzt wertschätze und sage, wow, das hast du echt gut gemacht oder du siehst gut aus oder das hast du toll gebacken oder irgendwas Tolles, die fühlen sich dann angegriffen und sagen, ja, was willst du mir jetzt damit sagen? Das sind Menschen, die sind selbst oft so verletzt, dass sie deine Wertschätzung nicht annehmen können, weil sie sich selbst nicht wertschätzen. Es ist ein Weg, also wie du siehst, es ist ein Weg, diese Lernaufgaben zu integrieren und zu verstehen. So kann man Schritt für Schritt an das Thema Loslassen gehen. Ihr seht, es geht immer ein bisschen tiefer, als was man denkt. Es geht hier nicht wirklich um die Schwiegertochter, dass man sie loslässt, weil da ist bestimmt vieles Verletzendes vorgefallen. Die Schwiegertochter ist auch ein, wie nennt man das immer, ein Lehrmeister für diese Mutter. Die sie bestimmt auch triggert. Es kann sein, dass sie gemein ist, es kann sein, dass sie fies ist, es kann sein, dass sie auch Dinge gesagt hat, die sehr verletzend sind. Aber sie hat sich in dieser Situation wiedergefunden, um an etwas erinnert zu werden, um in eine Wunde reinzuschauen, in ihre eigene Kindheitswunde, um da dran zu arbeiten. Und wenn sie all das in sich wirklich bis in die letzte Zelle versteht und integriert, erst dann kann sie diese Schwiegertochter loslassen. Und dann geschehen Wunder, aus meinen eigenen Erfahrungen, weil wenn sie dann, wenn sie das alles verstanden hat und in sich dann loslässt und boah, krass, echt, ja, stimmt, wenn sie da ankommt, dann lässt sie diese Schwiegertochter von alleine los. Hier und da bleiben vielleicht ein paar Dinge, die man ihr vielleicht noch vorhält. Aber die schwere Energie lässt man los gegen ihr. Und dann kann es sein, dass plötzlich die Schwiegertochter mit dem Sohn vor der Tür steht. Und die haben mittlerweile ein gutes Verhältnis. Das heißt, sie besuchen sich gegenseitig. Sie darf auch ihren Sohn besuchen. Das durfte sie nie, weil sie sich zu sehr in die Ehe eingemischt hat, in die Möbel eingemischt hat, diese Schwiegermutter. In alles hat sie sich eingemischt. Deswegen hatte die Schwiegertochter eher nicht erlaubt zu kommen. Aber mittlerweile mischt sie sich nicht mehr ein. Sie hat nicht mehr den Drang zu kritisieren. Es kommt immer mal hoch, sagt sie. Aber sie bemerkt das in sich, dass sie schon wieder kritisieren möchte, aus Angst angegriffen zu werden. Das heißt, sie merkt den Anteil in ihr, das kleine Mädchen, das Angst hat, kritisiert zu werden und das lieber auf Angriff geht, bevor es verletzt wird. Es ist wie, wenn du da jemanden in Bogen schützen siehst. Stell dir vor, du wirst immer wieder mit Pfeilen getroffen. Immer wieder als kleines Kind kommt immer wieder deine eigene Mutter oder dein Vater oder dein Lehrer und schießt dir immer wieder diese Pfeile ins Herz. Wenn du groß bist und Kraft hast, sammelst du all diese Bögen auf und fängst an, direkt auf alle loszuschießen. Und das ist verständlich, dass du dann nur noch schießt, 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 weil du so verletzt bist. Wenn du aber diese Pfeile aus dir selber herausholst und diese Wunde versorgst, dann musst du gar nicht mehr auf die anderen losschießen. Weil dann ziehst du solche Menschen auch gar nicht mehr in dein Leben rein, weil du so mit dir selber in Frieden bist. Es ist ein sehr interessantes Thema, ein sehr spirituelles Thema. Warum passiert sowas? Warum bin ich hier? Warum muss ich sowas lernen? Könnte man auch nochmal drüber jetzt reden, aber ich glaube, im Großen und Ganzen hoffe ich, habe ich, nicht hoffe ich, bin ich mir sicher, dass ich das Thema loslassen und vergeben einigermaßen gut darstellen konnte, wie man da vorgehen kann, um wirklich loszulassen. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonnier nicht vergessen und bis bald zu einem der nächsten Videos.